Das ist ein wichtiges Wochenende für das Team. Die Erwartungen sind entsprechend hoch. Untertitelung des ZDF, 2020 Nach den letzten Runden liegt es auf Klasse 12. Nach zwei Minuten. Du brauchst jetzt eine schnelle Runde, sonst bist du raus. Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn du nicht mindestens 10. wirst, kommst du nicht in Q3. Gib dein Beste. Damit rückst du auf den neunten Platz vor. Platz 9 Pech gehabt. Du landest knapp hinter den Erwartungen. Elfter Platz Das ist ein wichtiges Wochenende, der sich für die Erwartungen befindet. Das ist ein wichtiges Wochenende für den Neunten kannten live. Das ist ein wichtiges Wochenende, der sich hier auf der nächsten Welt zeigt. Wir sind soweit. Das ist zwar dein Heim Grand Prix, aber lass dich nicht verrückt machen und geh keine unnötigen Risiken ein. Das ist zwar dein Heim Grand Prix, aber auch dein Heim Grand Prix, aber auch dein Heim Grand Prix. Klasse Aktion! 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 Klasse A education! Du verlierst vor Runde eine Sekunde auf Kibi. Eine Sekunde. Los geht's. Verwende an der Wuppen-Ausfahrt Kerst, damit du im Renttempo auf die Strecke zurückkommst. Achte beim Rausfahren auf den Verkehr. Es sind keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. Laut unseren Daten fährt ein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundseiten werden etwas schlechter werden. Die Reifen auf die Strecke zurückkommst. Wähl das magere Benzin-Gemisch. Mageres Benzin. Gemisch 1. Mageres Benzin-Gemisch. Mageres Benzin-Gemisch. Mageres Benzin-Gemisch. Mageres Benzin-Gemisch. Sechster Platz. Gutes Rennen. Mageres Benzin-Gemisch. Mageres Benzin-Gemisch. Mageres Benzin-Gemisch. Mageres Benzin-Gemisch. Mit diesem Ergebnis bleibst du auf Platz 6 in der Fahrerwertung. Mageres Benzin-Gemisch. 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 Vielen Dank.